Digifolio ermöglicht es Ihnen als Lehrkraft, Ihre digitalen Kompetenzen maßgeschneidert auf- und auszubauen. Digifolio gliedert sich in drei Teilbereiche. Mit dem DigiCheck P stellen Sie Ihren Fort- und Weiterbildungsbedarf fest. Unter Fortbildungen sowie Lehrgänge finden Sie schnell und einfach passende Angebote von allen österreichischen pädagogischen Hochschulen. Unter Kompetenznachweis können Sie Ihr digitales Portfolio verlinken und Ihr Zertifikat für die absolvierten Veranstaltungen und Lehrgänge herunterladen. Mit dem DigiCheck P finden Sie heraus, in welchen Kompetenzbereichen für Sie noch Weiterbildungspotenzial besteht. Scrollen Sie nach unten zur anonymen Kompetenzmessung und bereiten so Ihren Zugang vor. Die Angabe der Schulkennzahl ermöglicht die Erstellung eines aggregierten Ergebnisses für Ihre Schule. Die Schulleitung kann zur schulweiten Planung dann die anonymen Ergebnisse abrufen. Dies ist aber nicht zwingend erforderlich. Nach Abschluss der Selbsteinschätzungsfragen sowie der einzelnen Kategorien erhalten Sie ein Ergebnis. Mit dieser Auswertung suchen Sie nun auf digifolio.at unter Fortbildungen die für Sie passenden Veranstaltungen. Sie haben die Auswahl aus zahlreichen österreichischen Angeboten und können diese auf der linken Seite ganz einfach filtern. Vorausgewählt sind jene Angebote, bei denen eine Anmeldung noch möglich ist. Suchen Sie hier auch nach Kompetenzbereichen oder auch Formaten, die für Sie interessant sind. Alternativ dazu finden Sie auch alle relevanten Lehrgänge der pädagogischen Hochschulen. Haben Sie Fortbildungen im Ausmaß von mindestens 50 Unterrichtseinheiten absolviert, können Sie den Kompetenznachweis einfach erstellen. Nach dem Klick auf Kompetenznachweis loggen Sie sich direkt mit Ihren PH Online Logindaten ein und füllen das Formular aus. Ergänzen Sie hier auch einen Link zu Ihrem persönlich geführten Praxisportfolio, wo die eigene digital innovative Lehrpraxis dokumentiert wird. Wo und in welcher Form Sie das dokumentieren, bleibt Ihnen selbst überlassen. Lassen Sie sich hier auch von den E-Lectures und Materialien der virtuellen pädagogischen Hochschule inspirieren. Den Kompetenznachweis können Sie abschließend schnell und einfach als PDF-Datei herunterladen und der Schulleitung vorlegen. Im Rahmen eines Reflexions- und Personalentwicklungsgesprächs über Ihre digitale Unterrichtspraxis wird dieser Nachweis von der Schulleitung unterzeichnet. Noch Fragen? Wenden Sie sich bitte an info.at. Besuchen Sie nun also direkt www.digifolio.at. Mit Digifolio gelingt Ihr Einstieg in die digitale Unterrichtspraxis.